Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge. Ja, moin. Ähm, ich glaube ich bin tot. Hallo. Okay, natürlich wird sofort die Polizei wieder kommen, wie bei jeder GTA Challenge, die wir haben. Wir spielen heute zu viert, mit dabei sind der Bram, der Sebastian, der Jay und ich, der Peter. Und wir teilen uns heute ein bisschen auf. Der Jay wird gleich versuchen, vor uns zu fliehen, denn er ist ein böser Bub und wir sind quasi die Nachbarschaftswache und wollen ihn erwischen. Allerdings, äh, wir sind richtig schlecht im Multitasking. Jeder von uns kann immer nur eine Sache machen. Sebastian fährt, ich schieße und Bram ist der Navigator. Der hat nämlich als einziger die Map. Erstmal eine G. Au. Wie lange hat ein Jay, äh, vor, äh, hier, Dingens? Vorsprung, eine Minute. Drei Sekunden, drei Sekunden reichen, ne? Bam! Hier. Aua, was hat denn deine Angst? Okay, also darf ich dann starten? Ihr sagt Bescheid. Drei, zwei, eins, go. Alter! Ich stelle jetzt mal langsam in den Wecker. Moment, hast du noch Zeit? Das Auge arbeitet nicht so schnell. Ja, ja, ich darf ja nicht schießen. Tschüss, ihr Lappen. Boah, der hat eine schnelle Karre. Oh, wir nehmen den Feuerwehrwagen, oder? Guck mal, ja. Da passen wir auch alle rein. Boah, Alter. Der Feuerwehrwagen wäre mega. Ja, da passen wir ein wenigstens rein. Ich habe jetzt die Möglichkeit. Schieße ich dann mit Wasser? Ja. Ja, lass den schon mal holen. Nein, lass den holen schon mal. Ich stelle mich davor. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, nein. Nein. Nein, aber der hält bei Rot. Der hält bei Rot. Die Frage ist, fahre ich jetzt erstmal weg, oder ärgere ich die einfach schon? Wann ich da eigentlich runter? Nein, 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 nein. Ich bin auch rausgezogen, Sepp, Junge. Ey, wie Sepp, Junge. Brauchst du nicht. Lasst mich mal mit den Feuerwehrmannern, Digga. Brügel, Feuerwehrleute hier. Feuer und Flamme, my ass, bitch. Okay, Leute, rein hier. Ja, und. Jetzt komm. Ja, ich habe Stern. Irgendeiner muss anrufen. Umdrehen. Ich rufe an. Ja, ich weiß nicht, Mann. Ja, 180. Das werde ich mit umdrehen. Und jetzt Straße folgen. Oh, das ist nicht gut. Das sollte ich vielleicht nicht bleiben. Ja, die Frage ist, wir haben noch safe. Ist gleich kommen, oder? Ja, kriegst du den. Da lehnt ich das Lente, Junge. Als ob die Feuerwehrleute, die im Kakao gewinnt. Hier, der lebt noch. Mach die Sirene an. Sehr gut. Ja, Sirene ist an. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, ob die gleich da runterrasen. Und mir direkt auf den Sack geben. Aber ich try that jetzt. So, sehr gut. Und jetzt gleich die nächste große da vorne links. Okay, links. Wie weit ist der schon weg, Ram? Der steht sofort rechts einfach. Und zwar jetzt langsam werden. Der steht da in der U-Bahn drin. Da drin? Da drunter? Da drin. Da unten steht er. Da. Haben die Polizeiauto? Irgendwo ist hier wer von denen? Was? Warte mal. Ich bin angerufen. Ich wollte gerade schießen. Ach, Peter. Was machst du denn jetzt? Wo ist er hin, Ram? Ja, der ist ja immer noch unten drin mit dem Auto. Achso, ich dachte, die wären da weggefahren. Ja, irgendwann haben wir auch geschossen. Können wir den nicht fluten? Also, der ist da unten drin. Du musst an die andere Seite fahren, damit ich den treffen kann. Ja, warte mal. Wie kann ich Wasser machen? Mit linker Maustaste? Ah ja, L1. Die sind da oben, oder? Da unten steht er. Da ist er, Peter. Jetzt fährt er auf der anderen Seite raus. Ich hab drauf geschossen. Der ist aber gar rausgekommen. Die andere Seite hoch, hoch, hoch. Der fährt die andere Seite hoch. Da ist er. Die passen da gar nicht rein. Ich hau ab. Da, die Wurst. Genau, da ist er. Ich stehe da her. Jawohl. Rechts. Rechts und dann? Aber weiter. Geradeaus. 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 Einfach geradeaus weiter. Die Ficker. Na, Leute. Wie schnell sind die denn? Nee, Peter, das ist ein anderes blaues Auto. Nein, die schießt auf der da hinten. Der ist jetzt da hinten links. Aber die nächste links. Wir haben zwei Sterne. Jetzt links. Wir müssen smart spielen. Wenn sie eine Feuerwehr haben. Und jetzt rechts. Hier? Ja, und wieder rechts. Die kleinen Weg da. Okay, den hast du verkackt. Nochmal rechts. Rechts, 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 rechts. Moment. Hä? Was sieht die denn jetzt? Rechts, 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 rechts. Weiter. Ja, wir haben uns das Ding mit dem größten Wendekreis auf der ganzen Mip ausgesucht. Ja. Und jetzt aber geradeaus. Der kommt uns insgegen. Der kommt uns insgegen. Auf die linke Seite. Linke Seite. Da rechts hält er jetzt rein. Hä? Nein. Ich komme hier entgegen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Geyser. Hier rechts ist er. Rechts von uns ist er. Das ist gar nicht gut. Nein. Kann ich den abdrängen mit Wasser? Da ist er immer noch rechts. Rechts, rechts. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, er trefft kaputt. Trefft kaputt. Nix. Jawoll. Ich schäme hier an, Leo. Oh, da steht er. Nein. 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 Jawoll. Ich bin einfach quer gefahren die ganze Zeit. Und ihr bleibt nicht. Kommt ihr mir entgegen. So eine Scheiße. Wir haben leider eine Ausfahrt verpasst. Deswegen mussten wir einen Umweg fahren. Ich sehe nur die Polizei. Und denke mir so. Fuck. Die sind hier ja noch über. Ey Scheiße. Ja, nice ey. Mit dem Feuerwehrauto ey. Aber gut. Okay. Gut. Ich will sagen, es ist eine zweite Runde. Ab mit dir. Ja. Hey, wir müssen uns erst mal hier ein Auto aussuchen. Hier, der SUV, der ist geil. Ja, ich chill hier. Der Hammer ist mega. So, rein mit dir, Priller. Okay, fuck. Jawoll, ey, zip. Ja, ich müsste den noch eben platt fahren, sonst holt der mich raus. Hammer wird übel. Na gut, mal gucken, wie lange ich das schaffe. Ja, zack. Ich steche den einfach ab. So, jetzt lass mich noch einstompen. Hat keiner gesehen. So, irgendeiner muss telefonieren. Wo ist denn Jay? Okay, ich versuch das immer wieder. Wo ist denn Jay? Moment mal, ganz kurz. Ah, da, der ist Richtung Casino. Wir müssen umdrehen. 180 Grad. Okay. Das Ding ist ja wahnsinnig schnell. Wie kann ich mich denn mit einem... Okay, let's gooo. Boah, richtig schön, 180. So, Fahndungslevel wurde entfernt. Ja, einfach Richtung... Ich hab immer noch einen Stern, Peter. Alter, mit Fersen. Alter. Ja, ich hab schon wieder einen Stern. Ja, aber jetzt hab ich auch wieder einen. Ja, natürlich hast du auch einen. Das ist doch total wurscht. Ja, aber dann musst du ja selber nochmal anrufen. Komm, jetzt geradeaus, ja? So, pass auf. Und jetzt sofort links die Auffahrt verkehrt herum hoch. Links die Auffahrt verkehrt herum hoch. Meinst du die hier? Ja, genau. Und rechts halten. Der Penner, der Penner dreht. Der kommt also... Anhalten, umdrehen, 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 umdrehen. Ich fahr hier einfach verwirrend in dem Kreis der Autobahn. Der kommt... Der fährt uns... Auf der anderen Autobahnauffahrt kommt der uns sofort entgegen. Also jetzt hier runter. Genau, andere Seite. Da heißt jetzt die Straßenseite wechseln. Die andere Auffahrt hoch. Also hier rüber und dann... Rechts. Und dann genau da durch. Da, da. Nein. Hier und drunter. Nein, die Auffahrt. Scheiße, Alter, das Ding bewegt sich gar nicht. So, und jetzt fährst du einfach geradeaus. Okay. Einfach geradeaus. So, und wir fahren jetzt sofort ein Kringel über den drüber. Weil der Penner die ganze Zeit über die Autobahnkreuze fährt. Aber der fährt oben lang. Boah, das Ding ist so scheiße langsam. Der scheiß Bus. Ich glaube, ich nehme eine andere Karre, ey. Guck mal, ja. Der heißt, der fährt jetzt gerade... Ja, Pazza, perfekt. Der fährt jetzt gerade... Weiter, 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 weiter. Einfach weiterfahren. Einfach weiterfahren. Der ist jetzt... Genau unter uns. Das sind die nicht, oder? Nein, das sind die schon! LOL! Der ist der Bus! Da steht er! Da ist er! Ich wollte euer Auto klauen! Ich dachte mir, der Bus ist zu langsam. Dann nehme ich mir diesen Auto und das Auto, was mir da entgegenkommt. Das seid ihr jetzt an der Stelle, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ja, warte, dann lass mich... Okay, dann lass mich doch nochmal wieder in den Bus einsteigen, der so langsam war. Scheiße! Ja, sehr gut. Das kann doch nicht wahr sein, wie? Wie an Lucky war das denn? Können wir mit allen Mann in den Bus rein? Oh, das wäre lustig. Der Bus war arschlangsam. Der war wirklich langsam. Ja, geh mal raus! Let's go! Ich gehe wieder aus. Ich bin getötet worden. Du weißt gleich, Jay. Du weißt nicht, wie wir kommen. Natürlich nicht. Okay, wir müssen drehen. Ach, komm, ey. Oh, rückwärts geht der aber richtig ab. Und zwar so, dass wir nach... Genau jetzt nochmal drehen können. Andere Richtung. Genau andere Richtung. Okay. Ich könnte den Zug hinterher fahren und versuchen, da drauf zu landen. Aber die Frage ist, wie schaffe ich das? Hmm. Norden, Süden, Westen, Osten ist auch so ein Ding. Damit komme ich klar. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass du irgendwas ziehst. Ja, dann geil. Dann ab nach Süden. Jetzt die Straße. Wunderbar. Nach Süden, okay. Ich weiß ja, wo Süden auf der Map ist. Sehr gut. Einmal weiter. Jetzt gab es bei Simon... Wie hieß das? Simeon? Irgendwas. Einmal geradeaus. Immer geradeaus. Vollgas. Ist der beim Hafen oder was? Nee, nicht so weit. Hier vorne, jetzt unter der Brücke ist ein... Wie hieß das Ding nochmal? Los Santos Customs. Genau so hieß es. Wie schaffe ich das, auf den Zug zu kommen? Aber immer geradeaus weiter. Weiter, weiter. Immer geradeaus weiter. Der ist schon super weit im Süden. Der ist noch zwei... Über die Autobahn drüber. Dann noch eine Kreuzung. Der fährt quasi auf der... Rechts auf der kleinen Parallelstraße. Den kleinen Weg fährt der. Ja, guck mal, Ma. Vielleicht kriege ich irgendwann einen Sprung. Also hier ist ja offensichtlich noch keiner. Wenn jetzt ein Zug entgegenkommt, dann habe ich ein Problem, ne? Der kommt aber gleich auf die große Straße, auf der wir gerade sind. Weil es keinen anderen Weg gibt. Und zwar, jetzt ist er da drauf. Hinter dem Knick ist er gerade auf die Straße gefahren. Ja, der ist einmal gequert, ne? Ist jetzt hier links, oder? Ja, da vorne ist er. Einfach geradeaus weiter. Geradeaus. Geradeaus weiter. Nee, das war der nicht, Peter. Geradeaus weiter. Der ist hinter dem Knick geradeaus. Der fährt auch sehr langsam. Ihr dürftet den vielleicht schon sehen, aus der... Aus der third person. Der ist der Wagen, der da so langsam fährt. Ach da, den fahren wir einfach platt, die Sau. Ich frage... Ja gut, kommen die jetzt schon? Sind die schon unterwegs? Ich habe keine Ahnung. Da, weiter geradeaus. Der hier. Nicht der. Nicht der. Geradeaus. Hä? Das ist ein nächster Auto. Dann sehe ich ihn nicht. Dann sehe ich auch kein Auto. Da unten drin. Der ist unten drin. Vielleicht sitzt die auch über mir. Wäre halt auch easy. Aber ich glaube, der sieht, dass auf der Map, dass hier die Bahnschienen sind, wo ich langfahre. Der fährt unten. Der Motherfucker ist beim Zug. Der ist beim Zug, ja. Fährt der hier in die Richtung weiter? Äh, ja. Geradeaus, 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 geradeaus. Der ist ja mega der Wagen wieder einfach. Ah, genau. Pass auf, der wird gleich... Ich weiß, wo der rauskommt. Ähm. Und zwar, du fährst gleich einfach hier rechts. Mhm. Und dann direkt die erste links. Zu unserer linken, Peter, wirst du den auch sofort sehen. Ja, wenn du hier anhältst, hier an der Dings, siehst du den da vorne links auf den Gleisen. Da. Was passiert denn, wenn der mich schiebt? Explodiere ich dann instant? Erstmal anstrengend dir der Zug. Im Zweifel schiebt der. Beim Zug. Ja, wo der vielleicht jetzt das Rad ja schon kaputt schießen könnte. Arbeite dran. Oh, Leute! Sie sind schon da? Wo, wo? Noll! Peter, du machst das nicht. Bleib stehen, damit du besser aimen kannst. Genau. So, wir müssen aber... Wolland geht denn die Bahnschiene? Äh, davon ist... Wir müssen geradeaus weiter... Die Straße, Sepp. Ja, ich fahr. Okay, er ist jetzt, äh, weiter weg. Ja, aber macht nichts. Geradeaus weiter die Bahnschiene. Der ist... Ja, der ist ja noch. Ihr seht den ja vielleicht auch. Seht ihr den? Ich glaube, ich hab vielleicht sogar ein Rad erwischt. Der kommt jetzt sogar uns entgegen, oder? Und der fährt geradeaus einfach, weil der fährt nämlich jetzt sofort der Zug... Da ist er! Die weiße Karre. Ja, genau, da vorne ist er, die weiße Karre. Und der kommt von der Insel nicht runter. Nur zur Info. Mega! Ja, der ist genau unter dem... Da links ist er. Was passiert jetzt? Was macht der Zug jetzt? Der Zug betrayt mich! Der läuft andersrum! Er moved! Da ist die Sau! Er ist ganz wichtig. Ich mach die Reife kaputt. Da, weiter dran! Das ist schlecht. Der kommt da nicht weg. Hä, wir trampen die anderen auch nicht. Wenn, ein Stück nach links. Genau, du musst ihm hier den Weg absperren. Hinter uns ist der Ausgang der Insel. Da ist er doch! Nein! Der versteckt sich! Der hat nicht mehr viel Leben! Das ist doch scheiße! Ja, Peter! Da links ist Wasser! Das ist doch scheiße! Alles, was ich heute probiere, funktioniert nicht! Das ist doch zum Kotzen! Ich ruf Lester an! Wir konnten aber im Auge bleiben! 3000 IQ! Alles, was ich mache, klappt nicht heute! Was war dein Plan? Ja, erstmal wollte ich auf den Zug springen. Da kam er mal links und dann habt ihr mich unter Druck gesetzt. Nein! Jetzt hast du den nochmal ge... Ja, die sind halt an mir dran. Ja, aber ich dachte, du bleibst einfach stehen. Ja, dann wäre er trotzdem an mir dran. Ich versuche jetzt richtig wegzufahren. Wenn die dich rammen, dann nicht. Jetzt lasse ich mich nicht nochmal tricksen von euch. Ich kann nicht mehr anrufen. Nein, ich ruf an. Ich kriege hier leider gerade keinen Ausgang hin von irgendeinem Ort. Oh, geil! Perfekt! Ich bin sehr glücklich. Tschüss! Okay, geil. Wir haben jetzt hier einen fetten... Ja, Mann! Jetzt mache ich das, was ich machen wollte. Jetzt fahren wir die Verwirrung des Todes. Hier ist richtig viel Polizei. Dann ab dafür! Welcher davon ist es? Die linke Straße, der LKW, der da angefangen kommt, müsste das sein. Alter! Nee, der Wagen, der links daneben ist das, der mit dem Anhänger. Schießen die schon auf mich? Hä? Als ob die hier schon sind! Nein! Oh, das klingt aber... Das war ja jetzt geil, dass er einfach an uns vorbeigefahren ist. What the fuck? What the fuck? Vielleicht habe ich... Der Reifen von dem Anhänger ist kaputt. Ja, mindestens der ist kaputt. Aber jetzt kann ich ihn nicht mehr treffen. Das Geile ist, das wird eine Sackgasse hier, wenn du dem folgst. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Echt? Peter, schieß! Ja! Ja, Junge! Weil er kann jetzt der Straße nur noch rechts umfolgen. Aber, die hört jetzt auf. Wir dürfen nicht umfallen. Wie, die hört jetzt auf? Oh, da ist... Ja, da ist die Straße vorbei. Das ist ein Parkplatz. Das ist doch alles scheiße. Das wird immer enger hier! Alter, dieser Müllwagen, Junge! Ja, aber was will der eigentlich von uns? Nee, nee, der ist links rum. Der ist links rum. Ich dachte, der ist jetzt auf dem Gebäude rum. Das wird immer enger! Wo bin ich hier jetzt? Und verarscht uns. Aber der fährt einfach... Der ist Richtung Wasser gefahren. Jetzt da links. Genau, hier links. Der ist hinter dem Ding, was wir hier haben. Also das, was du vor uns siehst, dahinter steht er. Okay, soll ich links oder rechts rum fahren? Rechts rum fahren. Links wird der nicht vernünftig vorbeikommen. Da könnte er weiterhin ins Wasser fahren. Rechts, rechts, rechts hinter dem Kleinen ist der. Das ist problematisch. Der ist genau vor uns, Peter schießt ihn tot. Es ist Wasser gespürt. Es ist Wasser gespürt. Ach, als ob. Der schwimmt gerade... Kommst du da hoch? Der ist recht über die Brücke drüber. Ja, wir müssen den ganzen Weg zurück fahren. Nee, kommst du hier nicht rechts hoch? Never. Hä, mit dem Bus? Ja, okay. Bevor das jetzt einfach hinten rum fährt, ist es echt rum hier? Ich kann nicht schwimmen! Wie schwimme ich denn? Nee, sonst wird Jay ja auch da rumgefahren. Dann würde ich auch sagen, was ich nicht hoch... Ja, fahr mal rechts an die Bucht ran. Das ist, glaube ich, geil. Das darf ich, glaube ich, nicht machen, was ich hier mache. Leute, die sind einfach wieder ausgestiegen. Der ist da noch. Da kommt er gerade wieder hoch. Da, hinter dem Bodencontainer. Da hinten läuft er. Da hinten läuft er. Genau da. Ja, ist er weg. Okay, ich fahr wieder weiter mit meinem LKW. Ja, da musst du hin. Nicht um... Nein, also du musst wieder umdrehen, wa? Ja, tu ich gerade. Nee, nee, zurück. Nee, umdrehen. Jetzt umdrehen wieder. Hä? Der ist doch da wieder auf der Gleisphilse, wo er sein Auto hatte. Nein, der ist doch auf die Straße oben. Nein, der kommt gerade von hinten. Die werden mir jetzt entgegenkommen. Ey, das kann doch nicht. Hör doch auf dein Auge. Nein. Da ist er. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wie kann das sein, dass ich euch entgegenkomme? Was ist falsch heute? Ja, Sepp wollte erst wegfahren. Ja, wir wollten aber anfangen erst mal von der Polizei weg. Und dann bist du... Das kann nicht wahr sein, dass ich euch entgegenkomme. Und als ich rausgestiegen bin, dachte ich mir, nein, das darf ich wohl nicht machen. Aber das war der einzige... Soll ich ihn mitnehmen, Jay? Ja. Nee, ich nehme da hinten den Betonmischer. Nee, ich nehme das hier. Ich habe jetzt hier ein perfektes Auto. Nochmal lasse ich mich hier nicht abratzen von euch. Das war aber geil. Er hat einfach so in die Sackgasse gefahren. Ja, die haben mich halt ein bisschen unter Druck gesetzt, sag ich mal. So, ihr habt ein Polizeiauto. Jetzt kriegt ihr mich nie wieder. Das darf halt nicht wahr sein. Also, das ist ja wirklich abnormal. Auch unabhängig da... Also, das war jetzt... Nee. Das kann keiner... Das kann man nicht mal skripten. Das geht gar nicht. What the fuck? Warum passen wir denn in den Truck 4? Fahrnungslevel entfernt. Sehr gut. Okay. Dann gib mal Gas. Hier rechts. Ach so, ist er schon wieder live? Nice. Aber 30 Sekunden sind wir noch nicht um. Ja, aber der ist so weit weg schon. Okay. So, hier links. Hier links? Das fahren wir aber auch richtig durchs Ghetto. Ja, wir müssen erst mal auf eine große Straße. Und dann geradeaus. Sind wir nie auf einer großen Straße? Oh, Zug! Das fühle ich jetzt unbremt. Ding, 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 ding. Das muss ja immer die Wahrheit sein. Findet mich nicht. Das ist aber Verfolgungsjagd. Okay, let's go. Ja, ja, weiter, 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 weiter. Alles gut. Ich fahr die Eisenbahn-Schiene, ne? Ja, genau. Noch einen weiter. Die nicht, sondern die nächste rechts. Sobald der mich halt einmal angeschossen hat, ist es halt echt eng. Das ist halt echt problematisch. Pass auf, er kommt nämlich jetzt von hinten. Der weiß nämlich nicht, wo wir sind. Der steht nämlich gerade. Hören wir weiter geradeaus. Einfach geradeaus. Also einfach der Straße folgen, bis ich was sag. Nicht abbiegen. Willst du so einem fucking Autobahn-Ding? Kann ja nicht so schwer sein, hier so eine Autobahn zu finden. jetzt. Hä, was ist der denn? Ja, der dauert noch ein bisschen. Naja, aber. So, und wieder links. Ich fahre ja richtig wild hier. Mhm. Und einfach geradeaus. Wir fahren bis zum Weinwuthof. Das ist auch schön. Alter. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Kannst du dir nicht ausdenken, dass ich schon wieder in der Sackgasse bin? Der ist in der Eisenbahn. Oh, ich weiß nicht, wo wir sind. Unten runter. Also der ist gerade, ganz geradeaus in diesem... Ist der die Eisenbahn lang gefahren? Das kann ich da nicht richtig gut erkennen. Wir könnten auch noch auf die Eisenbahn schienen. Ja, das sieht so aus, als wenn der die Eisenbahn schienen gefahren ist, ja. Sollen wir drauf? Ja, wir sollen drauf. Okay, auf welche denn? Mal, hier sind die Absteckgleise. Die rechte eher. Also links sind die Absteckgleise, das rechte irgendwo. Dann fahren wir gleich rüber. Oh, das ist aber nicht so geil zu fahren, muss ich sagen. Erstmal, wir finden erstmal jetzt Meter. Zwischen denen und mir. Weißt doch nicht, ob der Bus jetzt hier gerade die beste Wahl ist. Rechts kann ich nicht fahren. Wir fahren jetzt jetzt... Oh, shit! Okay, das war... Kann man hier nicht durch? Hä? Nee. Hier ist zu. So, ab zum Weidenwut. Zeichen. Da sollen sie erstmal hochkommen. Da kann ich mir immer noch überlegen, was ich für Quatsch mache. Aber der ist hier einfach weitergefahren. Ist der über uns gewesen? Ich glaube, der ist hier rechts an dem Gebäude vorbeigefahren. Ja, gut, okay. Ja, der ist jetzt mittlerweile... Der ist einfach zur Autobahn gefahren. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal hier raus, um dann das Auto zu wechseln, würde ich sagen. Der ist... Ja, der ist halt ein Polizeiauto, weil der ist halt super schnell. Der ist gerade oben am Observatorium mittlerweile schon. Was? Ja, der gibt Hartgas. Okay, wir hängen hier ein bisschen... Können wir nicht hier aussteigen und einfach zur Straße laufen? Nee, das ist, glaube ich, echt weit. Echt? Über uns ist die Straße, die linkste Straße. Ja, aber da kommst du ja nicht hoch. Jetzt muss ich irgendwo den Weg nach oben finden. Das sieht nicht so aus, als ob ich hier den Weg nach oben finde, um ehrlich zu sein. Als ob das alles hier eingezäunt ist. Ey, Mann, hier nicht rüberkommt. Das darf nicht wahr sein. Und eine Runde gefahren. Ehrlich? Alter. Die kommen gleich wieder entgegen. Du, wir machen das. Hier vorne ist wahrscheinlich die Straße. Ba, 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 ba. Der steht gefühlt am Monster-Stunt. Ja, wir brauchen was Schnelles, wo wir alle reinpassen. Das ist ein wichtiger Punkt. Na, der Hammer? Was ist denn hier mit dem links? Hier der? Quatsch. Ja, wieso Hammer? Bin gerade rausgesprungen. Äh, what? Weil hier war ein Sportwagen mit vier Plätzen. Ja, okay, wo? Ich sehe das ja nicht. Neeein! Oh! Alter, ich dachte, ich fall da jetzt wieder rein. Boah, wäre das schlecht gewesen. Das würde so passen, wenn ich da reingefallen wäre. Sportwagen mit vier Plätzen? Das ist quasi ein Mercedes. Ja, Sportwagen. Ja, das ist einfach nur eine normale Limousine. Ja, wirklich? Ja, aber besser als der Bus auf jeden Fall. Aber nicht ganz der Hammer. Ja, aber wir hätten nur noch fünf Meter fahren können für einen Sportwagen mit vier Plätzen. Ja, das können wir doch jetzt immer noch machen. Ihr müsst auch einsteigen, ihr Würstchen. Ich kann das einsteigen, wenn Pille eingestiegen ist. Weil ich ein Motor mit drei Leuten. Geht nicht. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Alter, wenn die mich verfolgen würden, ne? Also tun sie wahrscheinlich schon. Aber die würden mich... Der ist immer noch oben am Observatorium. Wie schnell die Karre ist. Ja, aber der Hammer wäre genauso schnell gewesen. Ach, Hammer. Ja, dann geradeaus. Und der ist geländefähig. Geradeaus, geradeaus. Endlich. Wir sind angekommen. So. Dann müsst ihr natürlich noch ein bisschen Bergvorsprung kriegen. So, jetzt gleich links. Also du musst auf die Gegenfahrbahn wechseln schon mal. Und dann musst du links nämlich die Dings hoch. Hier, hier? Die Auffahrt oder die Wand? Die Auffahrt. Ne, die Auffahrt. Was hat denn das für ein 180 gewesen? Ja, wir wurden weggepust. Wir haben ja so ein leichtes Sportwagen. Ja, hier ist doch ein Hammer. Dann lass mal wechseln. Kannst du mal sehen, wie schnell die Karre ist. Hier links hoch. Oh, da ist auch ein Hammer, ne? Ja. So. Ja. Genau, links. Direkt die nächste rechts. Linke Seite. Sehr gut. Jetzt haben wir so quasi... Genau. Und jetzt sofort gibt es wieder eine Kreuzung. Da rechts lang. Hier rechts. Oh, er hat auch ein Auto gewechselt. Er hat auch gewechselt, ja. Oder er hat einen gekillt. So, und jetzt links hinter dem Berg ist der gerade. Ja. Feini. Ja, Moment. Wir fahren da einmal kurz drunter. Das ist gar kein Problem. Wir fahren... Also, der wird da... Der kommt da auch nicht vernünftig weg. Da oben steht er, oder? So, hier links hoch. Hier links hoch. Hier links hoch? Ja, genau. Und jetzt so leicht rechts halten. So Richtung der Laterne, die du da oben siehst. Kann ich Licht ausmachen? Ja, L. Hier habe ich ja eine schöne Sicht auf die Leute, ne? Man kann da links, rechts, hinten abhauen oder geradeaus. Wenn ich von hinten komme, bin ich gebumst. Weil dann kriegen sie mich halt auch links, rechts geradeaus. L oder H? Auf dem Controller. Äh, auf dem Ding, ja. Controller, rechts, Pad. Okay. So, wunderbar. Genau. Ist der bei der Satelliten-Dingin? Ja, genau. Da Richtung Satelliten-Schlüssel. Aber der steht hier vorne eher rechts, wo der kleine Lichtlein ist. Okay. Das heißt, ich drehe mich besser um. Weil wenn sie von vorne kommen... Also jetzt von vorne kommen... Ja, so und jetzt... Jetzt auf... Da links wieder! Da links! Hier links! Hier links! Da! Da gehe ich immer noch besser ab. Oh mein Gott! Wie schnell! Boom! Schade, ich dachte, ich kann den flippen. Ist die Reifen gekriegt? Ja, weiß ich nicht. Wie schnell sie kommen! Wo ist er? Pram? Geradeaus, geradeaus. Direkt unter uns. Oh Gott. Ja, okay. Alles gut. Papa! Du musst das Licht ausmachen. Du musst nach links halt irgendwie, wa? Ja, hier sind viele Bäume und so. Ich weiß. Was sollst du gesagt haben? Dann ist ein Platzer, oder? Oh Gott! Ja. Klickt nach... Wir sind angekommen. Ist er weiter unten? Jetzt bin ich gerade unten auf der Straße. Ja, ja. Einfach da runter. Zwei Straßen runter. Nicht die, die nächste. Noch eine weiter. Sprich da drüber. Wenn das geht. Ähm. Okay. Da müssen wir runter. Noch. Da ist ein Platten. Die haben mir wieder einen Platten geschossen. Das ist... Das ist ja 10, was 10. Da musst du runter? Okay. Ja, da. Und dann die Straße rechts, die dann kommt. Okay. Ja, die Straße, die du siehst. Die rechts lang. Okay, okay, okay. Ciao, Lebo! Sehr gut. Und Gas geben. Er gibt halt Hartgas schon. Er ist da deutlich besser runtergekommen als wir. Ja? Verstehe ich gar nicht. Fliege! Wuhu! Da die Kreuzung, da vorne rechts. Rechts und direkt wieder links. Genau, hier rechts. Wo ist der Hollywood rein? Genau, und hoch, 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 hoch. An der Kreuzung vorbei. Aha. Ja, geradeaus. Und jetzt ist der aber... Der ist jetzt links. Hier links. Auf dem Amphitheaterplatz. Die random, die einfach aus nichts kam. Aber übel. Übel sneaky. Kommen wir da lang? Ja, hier. Scheiße, der steht da links quasi über uns, steht der. Kommen wir da irgendwie hin? Ja, weiß ich noch nicht. Auf dem Hügelchen. Schwierig. Da kommst du eben über die Mauer drüber. Ja. Also, der steht wirklich ganz oben am Amphitheater. Weil da rechts oben siehst du den vielleicht auch schon. Da. Da oben siehst du den, ja. Da kommt ihr nicht raus. Da war ich auch schon drin. Hehehe. Scheiße. Jetzt zeigen wir natürlich... Ja gut, hier ist der Parkplatz. Kommen wir auch nicht drüber, Mann. Ja, kommen wir nicht drüber. Dann fahr einfach zurück. Scheiße. Bis vor die Mauer. Alles gut. Wir sehen uns nicht. Einfach bis vor die Mauer. Und dann fahren wir jetzt gleich rechts. Also, hier jetzt rechts. Ist der immer noch da oben? Ja, ja. Einfach der Straße folgen. Ein Stück. Hier kann ich hoch. Nee, der fährt nicht mehr Straße. Links. Auf die Straße drauf. So. Das hätte jetzt auch gepasst, wenn ich da reingefallen wäre. Ich sag mal so, der Wagen ist ein bisschen im Arsch. Auf die Stängelstraße, die du da rechts siehst. Die musst du weiter. Und zwar rechts. Da rechts hoch. Okay, Observatorium ist er. Genau. Der ist... Und jetzt gleich... Pass auf. Moment. Ich sag Bescheid. Jetzt links runter auf die Straße. Wenn du nach den Leitplanken irgendwo... Da unten auf der Straße... Ja, okay. Da tut die Leitplacke... Warte, wir flippen da drunter. Ähm. Hier. Ja, genau. Hier runter. Jawohl. Perfekt. Da. Da. Hinter uns. Hinter uns. Und dann rechts lang. Da ist eine Wand. Da komm ich aber durch. Da komm ich nicht durch! Ach du kacke, Mann! Hier an der Ampel rechts. Hier rechts? Hier rechts. Und das ist genau jetzt rechts... Hier rechts zwischen. Hier rechts zwischen. Hier rechts zwischen. Ich bin aber am Arsch. Da. Ah, ich hab einen Reifen erwischt. Yes! Jawohl! Jawohl! Ich bin nur zum Kotzen. Dann lauf ich... Dann fahr ich wieder in die scheiß Wand rein. Mann! Ich kann machen, was ich will. Ich verkacke jedes Mal. Irgendwas, was ich mir zurechtlege, funktioniert nicht. Ich würde sagen, das hat ganz schön viel Spaß gemacht heute. Das hat sehr viel Spaß gemacht in der Tat. Das war richtig dumm, ey. So, das Auge verabschiedet sich. Danke an die Hand und an die andere Hand. Gerne. An den Fuß. Ja. Das ist es. Ciao! Das hatte keine Hand und keinen Fuß. Ciao! Ciao! Tschüss!